Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem ganz spontanen neuen Video. Ja, es ist schon wieder ganz spontan. Bei uns ist es immer sehr spontan. Wir haben 6 Uhr, es ist super Wetter, alle sitzen im Auto und wir fahren jetzt nochmal ganz spontan ans Wasser. Und da dachten wir, wir nehmen euch mit und ja, dann verbringt ihr mal den Abend mit uns. Also umgestylt, real life und ja, ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß bei dem Video. So, wo fahren wir jetzt nochmal hin? Ans Wasser. Nass gehen. Nass gehen. Wir müssen mal gucken, ob überhaupt Wasser da ist oder ob Ebbe ist. Also wir, ich habe noch nicht in den Gezeitenkalender geguckt, aber wir werden es sehen. Na Neon? Wir sehen's jetzt. Wir sehen's jetzt. So, Marla und Lennox sind schon bereit. Sie erhoffen sich ins Wasser zu gehen. Ja. Naja, ich werde vielleicht auch in das Wasser reingehen. Ich auch. Ja, mal gucken. Soll ich deine Schuhe hier draußen lassen? Oh nein. Vielleicht willst du jemanden schenken, der keine Schuhe hat. Ja, bei dir ziehen wir auch gleich die Schuhe aus. Wir müssen aber jetzt erstmal da ein Stück laufen, Maddy. Und dann darf Maddy auch Schuhe ausziehen. Wir werden jetzt noch die Abendsonne genießen hier. noch ist sie ja da ja viertel nach sechs haben wir jetzt und mal gucken wie gesagt ob da vorne was los ist ob ich da überhaupt filmen kann und ob wasser überhaupt da ist aber den leuten die schaffe da sieht genauso aus wo wir mit arjen da gerutscht sind insel was erscheint da zu sein wenn man das von hier schon erahnen kann aber trotzdem kann sein dass es ebbe ist weil das wasser kann man ja immer sehen aber wie weit ist das entfernt da haben wir es gleich geschafft da vorne ist das mehr da hinten da hinten nicht da vorne damit da ist noch einiges los so wir haben tatsächlich flut wir haben eine qualle du musst mir gleich hand geben das ist eine qualle guck mal hier so komm pass auf und 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 die füße sind weg Mettys Füße sind weg. Oh nein. Da auch nicht. Ja. Da auch nicht. Da auch nicht. Ich glaube da hinten. Komm wir gehen da hinten nochmal gucken. Gehen wir hier nochmal gucken. Aber hier pass auf, hier ist wieder glatt. Hier mach da deine Füße rein. Hier liegt. Okay komm, geh mal hier. Hier ist es. Da, da, da. Oh. Oh, hier ist Füße weg. Füße weg. Was ist nicht da? Füße weg. Oh, machi, 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 oh. Vaca mei, Zeigras. Vaca mei, Zeigras. Ist da was drin? Zeig mal. Was sagst du denn da? Ist da eine Kugel drin? Schmeiß. Und? Schmeiß? Willst du mich tschüss sagen? Hat er was reingemacht oder war was drin? Da war was drin. Nicht, dass da jetzt Pferde drin waren. Auch da rein. Ja. Guck mal, da war vielleicht eine Pferde und wir schmeißen die weg. Guck mal. Warte, ich hab den zweimal eingeschlafen. Oh, was ist da? Oh, weg. Guck mal, Wasser kommt, Wasser geht. Wo haben wir, Lox? Ausweg. Zeig mal, was du deine Hand hetzt. Was hast du deine Hand? Zeig mal Kamera. Zeig mal den Zuschauern. So, mach mal so. Toll. Was ist das denn? Eine? Ein Muschel. Langsam, langsam. Warte auf mich. Wo willst du hin? Au. Ja. Komm. Und. Platsch. Ui, ui, ui. Platsch, platsch. Komm, gehen wir mal hier lang rein. So. Und dann Papa hält dich fest. Warte. So. Komm. Papa hält dich fest. Hier. Wo willst du hin? Stehen. Hahaha. Papa hat dich gefangen, oder? Habe ich dich gefangen? Ja. Das war doch erfolgreich. Die Kinder waren baden. Jetzt laufen wir wieder zum Auto. Ja. Alles gut bei dir? Ja. Kommen wir zum Auto wieder? Ja. Ja, reicht auch. Man muss nicht übertreiben, ne? Ja. Komm. Lernos Malon, kommt hier. So, tschüss mehr. Wir gehen nach Hause. Ah, es ist richtig angenehm, mal barfuß zu laufen. Es tut zwar ein bisschen weh hier, aber sollte man eigentlich viel öfter machen. So, es ist richtig angenehm, mal barfuß zu laufen. Es tut zwar ein bisschen weh hier, aber sollte man eigentlich viel öfter machen. Gut für die Füße barfuß laufen. Ja, ich hoffe, das spontane Video hier mit uns am Wasser hat euch gefallen. Ja, es ist ein bisschen kürzer, aber ich dachte, ich nehme das einfach auch mal auf. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wir werden jetzt nur noch nach Hause Abendbrot essen, dann geht der Kleinst noch schon ins Bett und wir werden noch einen Film schauen. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. 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 See you later. Assalamualaikum. Adios. Oh, Maddie will auch noch tschüss sagen? Sag tschüss Maddie. Wink, wink. Tschüss. Tschüss.